So, ja, moin moin, liebe St. Pauli-Fans und auch alle anderen. Ich wollte einmal kurz so ein besonderes Video machen, weil heute für mich ein besonderer Tag war. Und da gehe ich gleich komplett drauf ein. Ich werde nicht so ein Video machen, was ich komplett zuschneiden werde und so weiter. Es ist eher so ein bisschen Statement, ein bisschen mit Pausen, ein bisschen einfach nur locker erzählen. Ich werde ein paar Schnittbilder drunter packen, dass ihr so ein bisschen Eindrücke von dem bekommt, was ich euch erzählen möchte. Ja, und zwar würde ich direkt einsteigen. Und zwar war heute ein sehr, sehr besonderer Tag. Und zwar war ich das allererste Mal in einem Separé am Müllern-Tor, beziehungsweise in der VIP-Loge. Habe tatsächlich immer schon gesagt, vorher, ich gehe ja jetzt seit 2006 ungefähr ins Stadion. Das ist knapp 20 Jahre. Und seitdem habe ich immer gesagt, ich möchte es einmal machen. Ich möchte gerne einmal wissen, wie das ist. Ich bin ein Riesenfan vom Steher. Und in letzter Zeit habe ich auch sehr viel gesessen, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Aber habe jetzt eigentlich so ziemlich alles durchgehabt, gerade in den letzten ein, zwei Jahren im Stadion. Also so jede Perspektive einmal irgendwie mitgenommen. Und durfte jetzt heute quasi das Ganze kompletieren, indem ich einmal in der VIP-Loge im Separé das Spiel erleben durfte. Und das war tatsächlich eigentlich ein ganz cooles Erlebnis. Und ich wollte euch mal so ein bisschen mitnehmen und euch so ein bisschen daran teilhaben lassen. Und euch das Ganze einmal, ja, auch ein bisschen zeigen. Weil ich halt ein bisschen was mit dem Handy so gefilmt habe. Ist jetzt nicht das beste Material, aber einfach, dass ihr so einen kleinen Eindruck davon bekommt. Und ich würde jetzt einfach mal so den Ablauf erzählen, so wie es halt einfach abgelaufen ist. Ich würde gar nicht so großartig darauf eingehen, was für Tickets das waren. Ich habe die durch ein Gewinnspiel bekommen. Ich will gar nicht großartig auch auf den Sponsoren und so weiter eingehen. Ich weiß nicht, vielleicht erahnt man es auch ein bisschen im Video. Die Leute, die vielleicht die Loge kennen, die werden es erahnen. Aber das ist eigentlich für mich gar nicht so krass das Thema, weil es eben auch kein gesponsertes Video ist hier. Gerade das ist einfach nur meine Erlebnisse und mein Eindruck dazu. Aber wie gesagt, ich habe die Karten gewonnen über ein Gewinnspiel im Internet. Alles eigentlich relativ spontan sogar. Ich glaube, ich habe vorgestern oder gestern erfahren, dass ich das Spiel eben aus der Loge erleben darf. Und es fing eigentlich alles ganz normal damit an, dass man sich zum Stadion begibt. Ich bin irgendwann angekommen. Dann haben wir uns halt die Karten, die für uns hinterlegt waren, die haben wir uns abgeholt. Alles super problemlos. Und konnten dann relativ zügig, ich glaube eine Stunde vorher oder anderthalb Stunden vorher, ich weiß gar nicht mehr genau, konnten wir ins Stadion. Und ich bin noch tatsächlich gerade, also ich bin noch in meiner Kluft und alles. Ich bin gerade, ich glaube eine halbe Stunde zu Hause oder so, wenn überhaupt. Also heute ist das Ganze passiert, in den letzten paar Stunden, heute Vormittag. Nur einmal kurz zur Einordnung. Und genau, als wir da waren, sind wir dann durch den Eingang, durch den Einlass, wurden einmal kurz kontrolliert, konnten dann mit dem Fahrstuhl, nachdem wir unser Bändchen geholt haben, das kann ich euch einmal kurz zeigen, das sah so aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. So ungefähr. So war das Bändchen aus. Das haben wir uns dann abgeholt mit unserer Karte, die wir vorher bekommen haben. Und dann konnten wir mit dem Fahrstuhl hochfahren ins Separee. Dann kommt man immer in so einem allgemeinen Bereich, wo es quasi, das hat so ein bisschen Kantinenflair. Da gibt es ein bisschen was zu essen, was zu trinken, so ein Tresen. Und kann halt auch rausschreiten auf diese Balustrade, um halt den Blick ins komplette Millern-Tor direkte mittig zu haben. Das Ganze von der Haupttribüne, logischerweise. Da habe ich dann auch vor mir direkt die ganzen Reporter und so weiter gesehen, die Moderatoren, die Kommentatoren. Genau, Kommentatoren ist so das richtige Wort. Die sich quasi vorbereitet haben, so ein bisschen aufs Spiel und so weiter. Dann kann man sich da halt eben ein bisschen verpflegen. Das haben wir gemacht, haben uns da was zu trinken geholt, haben uns was zu essen geholt. Und dann sind wir zur eigentlichen Loge gegangen. Das heißt, man schreitet dann Richtung Gang hinter der Tribüne, also zur anderen Seite raus. Und dann kann man sich halt verteilen auf die Logen, je nachdem, in welcher man dann eben ist. Dann sind wir in die Loge gekommen. Und ja, also ich muss sagen, es ist natürlich auch so, dass man da komplett bedient wird. Man hat einen Service für Getränke. Die Tische werden geräumt, immer mal drüber gewischt und, und, und. Also alles, was halt so dazugehört, was man so ein bisschen erwartet in einem guten Restaurant. Das Ganze einfach so ein bisschen gehobener. Ist jetzt halt für jemand wie mich schon was Besonderes im Müllern-Tor, sage ich mal, wenn man es halt einfach nicht kennt. Ich muss auch sagen, um einmal kurz rein zu grätschen und, und, oder zwischen zu grätschen, dass es für mich tatsächlich sehr, sehr, es hat sich auch ein bisschen komisch angefühlt, um das mal so zu nennen. Einfach aus dem Grund, weil das im ersten Moment für mich gar nicht zusammenpasste. Also diese Welten, wir haben uns dann so ein bisschen, ja, auch drüber unterhalten, so wie das Ganze so gewirkt hatte und so. Und ich habe halt auch noch andere Eindrücke dadurch ein bisschen mitbekommen. Und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es halt einfach irgendwie dazugehört. Also dieses etwas gehobenere, dieses, ja, man nennt es ja Kuchenblock. Man kann sich da irgendwie voll futtern. Man kommt zu spät aus der Halbzeit. Man ist vielleicht so gerade kurz vor Anpfiff da, weil man das halt alles ein bisschen aufsaugen soll. Das war diesmal für mich auch so. Man hat alles einfach ein bisschen aufgesaugt. Ich wollte wissen, wie das ist. Ich wollte es einmal erleben. Das habe ich jetzt gemacht. Aber, ja, es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, weil das für mich immer nicht das St. Pauli war, was ich kannte oder was ich kenne. Aber einfach, weil ich St. Pauli von den Rängen auskenne. Und, ja, es war einfach anders. Es war ein anderes Erlebnis. Es war ein anderes Fußballschauen. Und deshalb war es für mich einfach ein bisschen, es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, aber alles in allem, muss ich sagen, ich fand es richtig, richtig cool, das jetzt mal erlebt zu haben. Coole Eindrücke gehabt. Wir hatten richtig gute Sitze. Also logischerweise ist der Blick einfach perfekt von da oben. Wie gesagt, ich blende euch das alles nebenbei ein. Der Blick ist perfekt, die Sitze sind gut. Man hat eine Bedienung, man bekommt was zu trinken, zu essen, jederzeit. Man hat natürlich mehr oder weniger private Toiletten. Das heißt, die Toiletten sind einfach weniger besucht als unten im Sitzbereich oder im Stehbereich. Logischerweise, weil einfach auch nicht so viele Leute da sind. Ist schon alles einfach ein bisschen entspannter. Und man hat so ein bisschen mehr das Feeling von, wie soll ich sagen, von Fußball gucken. Also man hat alles anderes eigentlich entspannt und du konzentrierst dich aufs Spiel. So war es dann irgendwann bei uns, nachdem wir alles aufgesaugt haben. Also zum Spiel kann man ja, ich kann es ja kurz mal anreißen, das Spiel. Können wir kurz drüber sprechen. Wir haben richtig Druck gemacht am Anfang oder insgesamt in der ersten Halbzeit. Wir haben stark gespielt. Man hat wirklich einen Improvement zu Rostock gesehen. Natürlich das Ding vorne nicht gemacht. Klassiker, man kennt es inzwischen. Und dann musste es kommen, wie es kommen musste. Also ich habe vorher während des Spiels die ganze Zeit gesagt, Paderborn braucht einmal, muss einmal stechen. Die müssen einmal durchkommen, dann sind sie vor dem Tor und machen das Ding. Genauso ist es gekommen. Genauso effektiv und gefährlich sind sie halt, wie man sie kennt. Genau das ist passiert. Ich glaube, in der 44. das 1-0 direkt vor der Pause. Ist natürlich erstmal ein Dämpfer. So gehst du dann in die Halbzeit und weißt, eigentlich hast du die stärkere Halbzeit gespielt. Und muss dann jetzt irgendwie mit gesenktem Kopf in die Kabine gehen. Dann hat sich scheinbar noch ein bisschen was getan. Dann gab es ein bisschen Druck. Dann gab es nochmal eine relativ zähe zweite Halbzeit bis zur 84. Dann haben wir das 1-1 gemacht durch Amenido. Sehr, sehr stark. Und auch ein extrem wichtiges Tor. Ich glaube, direkt da drauf im Anschluss hat Paderborn dann das 2-1 gemacht, welches nicht gegeben wurde durch Abseits. Glücklicherweise für uns. Das heißt glücklicherweise. Ich glaube, das war auch richtig, dass es Abseits war. Ich habe es bisher nicht gesehen. Und dann macht trotzdem Paderborn in der Nachspielzeit. Ich glaube, in der 90 plus 2, in der 92. Minute machen sie das 2-1. Hat man irgendwie schon ein bisschen gesagt, ja, kann man sich denken, weil sie einfach so effektiv vom Tor sind, weil sie einfach stechen, weil sie es einfach machen. Und da war es irgendwie schon ein bisschen so gelaufen. Man hat aber gemerkt, unsere Jungs haben noch ein bisschen Druck gemacht. Man hat noch ein bisschen gehofft. Man hat noch ein bisschen dran geglaubt. Und dann das 2-2, das habe ich übrigens auch gefilmt. Ich habe das Video hochgeladen. Ich kann das hier nochmal kurz mit reinpacken, einmal kurz zeigen. Aber es ist nochmal extra hochgeladen, ein bisschen ausführlicher. Findet ihr auch auf dem Kanal. Und aus einer Ecke, dann Nemeth, ich glaube, es war Nemeth mit seinem ersten Saisontor. Sehr, sehr wichtig, richtig geil. Danach war natürlich geile Stimmung. 2-2 gegen Paderborn. Muss man eigentlich mit zufrieden sein, auch wenn wir tatsächlich ein sehr, sehr gutes und vielleicht sogar ein besseres Spiel gemacht haben. Aber alles in allem war es wichtig, dass wir, glaube ich, ein besseres Spiel zeigen als in Rostock. Und von daher war das jetzt im Großen und Ganzen echt gut. Hat auf jeden Fall meiner Stimmung dann keinen Abbruch getan. Und ja, so war es halt einfach so, dass man zwischendurch während des Spiels immer hier und da, man konnte in die Loge gehen oder halt in der Pause, konnte in die Loge zurückgehen. Hatte da auch einen Monitor, auf den man gucken konnte. Man konnte seinen eigenen Spielstand tippen. Das habe ich natürlich vor dem Spiel auch gemacht. Gar keine Frage. Ist ein bisschen leider daneben gegangen, aber so ist es nun mal. Ja, und dann war es aber auch irgendwie so, dass wir relativ zügig, wir haben dann noch geguckt, wie die Jungs nach Abpfiff einmal rumgegangen sind, haben sie noch mal ein bisschen beklatscht, einfach für die gute Leistung, weil es ja dann doch ein starkes Spiel war gegen Paderborn. Da muss man auch erstmal einen Punkt holen, auch zu Hause. Und ja, alles in allem war es jetzt echt ein super Tag. Und ich hoffe, dass ihr so ein bisschen die Eindrücke, ja, dass ihr es so ein bisschen nachempfinden konntet, dass ihr das Ganze einfach mal gesehen habt. Ja, ich kann es euch auch nur ans Herz legen, diese Erfahrung mal zu machen. Ob es euch nun, ich weiß nicht, ob es euch selbst auch interessiert oder ob ihr gar nichts davon haltet. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr irgendwie zu dem Video sagt, was ihr allgemein zu der Thematik sagt, VIP-Logen. Wolltet ihr das auch gerne mal machen? Ist das gar nichts für euch? Wie habt ihr die Eindrücke so empfunden jetzt von mir? Wenn euch das Video gefällt, dann klickt auch gerne auf den Like-Bahn, teilt das Video gerne, abonniert auf jeden Fall den Kanal, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir über Social Media, auch auf Instagram gerne. Ich habe auch Storys gemacht und mache ich grundsätzlich eigentlich immer während des Spieltages oder zwischendurch auch so. Und ja, lasst es mich einfach gerne wissen, auch wenn ihr irgendwie was Bestimmtes sehen wollt. Und, und, und. Ich wohne nicht weit entfernt vom Stadion und kann immer irgendwie produzieren und habe noch ein paar Videos in der Pipeline. Ich habe eigentlich mir auch vorgenommen, immer jedes Spiel danach nochmal ein bisschen zu analysieren und, und, und. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es bisher nicht geschafft, weil ich einfach so viel um die Ohren hatte jetzt die letzten Tage. Und ich wollte eigentlich einfach, ich wollte schon Rostock kommentieren. Jetzt habe ich zumindest Paderborn ein bisschen kommentiert. Ich versuche es für die nächsten Spiele, ich versuche es grundsätzlich einzuführen, mich nach dem Spiel einmal hinzusetzen, so wie jetzt. Kleines Video für euch zusammenzuschneiden. Und ich hoffe, dass euch auch die Videos gefallen. Ansonsten habe ich noch ganz viele andere Ideen. Also auf jeden Fall den Kanal abonnieren, auf Instagram folgen und, und, und. Dieses Setting hier habe ich mir so ein bisschen aufgebaut für meine Livestreams. Also ich daddle auch und stream das ein bisschen live. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.